Welche Richtung rennst du? Gelb, okay. Wo bist du? What? Okay. Ich hab die Richtung verpeilt. Tun sie's nochmal an. Voll gegen die Wand geklutscht. So, und nun? Kannst du nen Würfel holen für mich? Wir sind knapp. Das ist super. Ah, nee. Ah ja, du kannst es von da oben machen. Mach ich das weiter. Ich muss aber erst da hoch. Genau, okay. Wee! Wow! Wow, au! Fang, Würfel. Nice. Okay, das war's schon. Scheint so. Jo, easy. At the rate you are completing these tests, I am beginning to think you don't share my excitement for rescuing crying, trapped, injured, dying humans. If that doesn't motivate you, I'm not sure what will. Äh, Klados, mach mich mod. Klados, gib mir mod. Mod für die Facility wär bestimmt nice. Bann. Maybe you two have never met humans. Nope. They are as bad as you might think. Smelly. Gross. Gross. Often wanting to try and kill you. That's so. To make great test subjects. Das ist der Name Shell doch gesehen. Ja, davon redet sie ja auch nicht, ne? Nichts zu vergessen. That's not what she is talking. She are talking about. She are talking about. Was, was hab ich grade aktiviert? Weiß ich nicht. Irgendwas. Ah, ein Cube. Ein Cube. Look at that shit. Ein Giga Cube. Ein Giga Cube. Uff. There it is. Ah, hier muss der Scheiß hin. Aber wie? Ei. Und du kannst den Würfel nicht mit rüber nehmen. Okay. Wie krieg ich den denn da rüber? Warte mal. Ist das ein Turrets? So, jetzt noch mal. Wow. Also jemand muss dagegen rennen, das Ding fangen. Und da ist ein Lauter Turrets da drüben. Warte mal. Ja, nee. Ist klar, ne? Nichts ist klar. Does that work? Does it work? Yes, 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 yes. Dann machen wir nochmal. For good measure. Ja, wenn ich den gefangen hab, dann was? Dann fliegst du durch das Portal. Das heißt, ich setz das Portal dann hier oben. Dann kommst du hier raus. Und rennst gegen die Wand. Und bien. Aber wofür? Äh, für den Laser hier. Der was auch immer macht. Oder? Ja, nein. Wenn er hier ist, genau. Macht's ja eigentlich gar keinen Sinn. Ha? Hm. Bye. Nein, ich muss... Oh Gott. Ja, warte. Ich muss den Würfel fangen. Und dann, wenn ich da reinfalle... Während... Also, der Würfel kommt da rein. Kommt da raus. Ich fang den. Und während ich fliege, musst du da ein Portal setzen. Und da dann das andere. Damit ich hoch und runter fliege und die weglasern kann. Ah, okay. Gut. Aber dann setz hier erstmal dein Portal. Bring dich dann jetzt erstmal da rüber. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wo du runterkommst. Da oder da? Aber wahrscheinlich... Da. Ist egal. Okay. Gut. Also, Würfel kommt. Soll ich dir einen Countdown-Timer geben? Ja, wupsi. Das war stupid. Jetzt hast du nämlich wahrscheinlich zu wenig Speared. Hallo. Ich hätte dich zurückgeholt. Daneben nicht. Wenn du diese Tests nicht konzentrieren kannst, wir werden die Menschen nicht immer frei. Du bist bereit? Alles klar. Bye. Fuck. Ja, pep, pep, pep. Fuck. Why? Mann, Mann, Mann. Du musst das Rote dann double ziehen. Ja, ich weiß das. Würfel kommt? Ey, ey. Jetzt kommt früh. Ich weiß. So, jetzt. Das ist super. Oh, meine... Ja, ich war... Ja, ich war... Jetzt aber. Ja, 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 ja. Ich hatte es mit dem Timing gerade verrafft. Sobald der Würfel unten ist, durch, kann ich das Portal umsetzen. So, jetzt aber. Okay. Wow. Okay. Okay, die anderen beiden sind runtergefallen. Die dead. Stehst du da rum? Komm mal hierher. Aber was hat uns das jetzt großgebracht? Äh, 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 ganz einfach. Geh mal, lauf jetzt mal darüber. Okay, geh hin und lauf dich. Jetzt fliege ich da durch. Wo komme ich raus? Boah, das ist ein großes Geheimnis. Weiß nicht, ich habe nicht gesehen, wo du das andere Portal gesetzt hast. Ah, easy. Jetzt musst du mir das Portal setzen. Ah, warte, ich habe es nicht getroffen. So, und so. Das da oben habe ich gar nicht gesehen, Alter. Huiiii. 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 We are only two tests away from reaching the humans. Are you as excited as I am? Cause I am. Huiiii. Wow. Wie Spei. What? Okay. Hi. Da ist schon wieder so eine Beschleunigungsstelle. Hast du verstanden? Sie hat gerade einen Mathe-Witz gemacht. Nee, ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Irgendwas mit Substract, maybe. Ja, weil unsere Kerne sind aus alten Taschenrechnern. Ah. Wenn wir uns gut anstellen, kriegen wir als Belohnung. Was ist hinzugefügt? Oder? Oh, oh. Ah, nice. Jetzt ist ich beinahe weggefeuert. Was? Hm? Ah, wir brauchen hier einen Würfel. Ja, genau. Aber den hättest du im Leben nicht bekommen. Ah. Wie lange bleibt das so? Oh, lang genug? Also du drückst erst den Würfelknopf und dann das Ding. Ja, aber ich muss schnell hierher kommen, weil das kann ich nicht. Ja. Ja, doch kann ich. I can. Can do. Ah. Ja. Blub, 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 blub. Bam, bam. Entschuldigung, Moment. Hey, wo auch immer du jetzt raus bist. Hat er. Was? Go. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Bist du dir sicher? Nein, Bullshit. Tschüss. Ich muss erst das Ding öffnen. Ja, du musst erst das Ding öffnen. Ich hab mich verdammt. Ja. Ja. Ich bin bei ihm. Oh, du musst den Würfel fangen. Das heißt wir müssen hin und zurück. Okay, alles klar. Ähm, ich wollte das nur gerade mal anfesten. Dann brauche ich da hinten aber noch ein bisschen von dem Zeug. Mehr! Mehr! KLaDOS! What the fuck! Ja, ich komm ja schon, Moment. Vielleicht muss ich uns setzen. Dunkel. Ne, hell. Okay. Was ist das? Jo, alles klar. Wow, Würfel. Kommt. Und runter da. Snell. No. Don't die. Au. Ja, nice. Easy und so. They aren't all monsters. Ja, ja. Most of them are simply good test subjects. I believe the ratio of good test subjects to monsters is about a million to one. Auf jeden. Minimum. Wait. Oh. Let's see. The fuck? The human vault is just past that opening. I entered the security code, but the vault door remains locked. Um. I am going to need you to activate the manual locks on the vault door itself. Ja, ist ja nichts Neues. Ne, we need to protect the humans. Spam, dead. Au. Okay. I need to protect the humans. The what now? The what now? Yeah, I don't even know what now. Hi. The fuck now? Ja, wir müssen irgendwie... Pass auf. Ja, ich kann da reinjumpen. Lass. Ui. Oder auch nicht. Ui. So. Stop failing. You need to find the vault door. Ja, ja. Stop failing. Failing. So. Ich bin jetzt hier drüben und hab das gemacht. Ich bin mir sehr sicher. Ah, jetzt musst du aber das blaue Scheißzeug nochmal drüber holen. Ne, das tropft automatisch. Ne, passt, passt. Hey. Und dann geht das ab? Springt der automatisch? Bin mal gespannt. Ja? Okay. Ja. Wey. Easy. Bleh. Uh. What, what? Huh? Oh, hey. Hey. Ah, letzter dann anrufen. Äh. Hallo. Halm und ja, schönen guten Abend. Aber wo durchjumpen? Durch deins. Da ist es. Huiiii. Huiiii. Au. Hopfer. Yep. Gut, gut. Die auch? Or what? Ah, das ist das Letzte. Äh, okay. Das sieht doch mal sehr spaßig aus. Da geht's hoch auf jeden Fall. Ja, genau so. Just like that. Warte. Jetzt. Go. Nee, ist nicht genug, okay? Warte mal. Oh, äh, so. Maximum Spear. Maximum Spear. Reicht nicht. Hä? Das ist nicht genug Spear. Laguna. Au. Oh. Musik